So, jetzt hier die dicksten Lego-Racken. Die war schon mal geil. So, weiter geht's mit der Andelau. Dann die Ziehen. Richtig geiler zu Lego. Und jetzt hier als Letzte die Kristalle. Die war richtig laut. Große und ganzen geile Raketen. Die war richtig laut. Große und ganzen geile Raketen. Die war richtig laut. Wiedersehen. Konstantin. Die war richtig laut. Outro